Nach den intensiven Niederschlägen der letzten Woche geschätzt 150 mm Wasser mache ich da eine Feldbesichtigung. Hier steht auch auf meinem Zuckerrübenfeld. Schaue da mal den Stand der Düben an und auch das Unkraut. Zwei echte Blätter, da kommt es nicht, das echte Blatt raus, das ist dasselbe und Unkraut hier, überall kommt Unkraut. Das ist nicht schlimm mit Unkraut, das ist ja in ganz kleinem Stadium. Sobald das Feld einmal abgetrocknet ist, werde ich da eigentlich schon den dritten Splitt durchführen. Ich habe ja schon zwei Splitte gemacht. Der dritte und werde dann auch der letzte. Ich muss mir schauen, wann ich da reinfahren kann und wie dann das Unkraut darauf reagiert, dass die Splits sind. Und auch Kartoffeln. Da kommen da Blöderweide auch hängbar hervor. Hier hinten mein Rapsfeld. Das gefällt mir. Da muss ich auch nichts mehr machen. Das lässt man nur noch wachsen und Samen bilden. Hier in der Winterweizenwelt. Ganze, ich denke, Zweiknoten-Stadium habe ich gespritzt. Mit den Fungizieren gegen Rost und Mehlzau, weil hier oben bin ich nicht sicher. Hier zweites Rapsfeld. Auch sehr schön. Und macht Freude. Hier im Sommerhaver habe ich Unkrautbekämpfung gemacht. und man sieht es. Ich zeige euch. Das Mittel hat da angeschlossen. Hier die Sommergeäste habe ich auch gegen Unkraut gespritzt. Hier meine Kartoffeln. Hier sind zwei Hektar Speisekartoffeln. Viktoria und Agria gepflanzt. Und Olinwan gepflanzt. Und die Dämmer sind mit Unkraut. Das Unkraut keimt. Ich hoffe man sieht es. Hier überall ist Unkraut. Unkraut keimt und das Feld absolut nicht befahrbar. Jawohl. Da müssen wir dann eine schnelle Lösung finden. Wenn das Wetter gut ist. Und selbstverständlich natürlich auch ein Blick auf das Blumentel. Auf Schneckenfras. Nach dem Regen. Die Tulpen-Saison ist leider schon vorbei. Der Regen hat ihnen auch zugesetzt. Da ist leider nicht mehr so viel auf dem Feld. Ich tue auch viel geschnitten. Und danke allen Tulpenkäufen, dass sie bei uns Tulpen geholt haben. Hier ist ab. Das Krooshische. Sieht auch nicht. Der Pierlauch. Der Pierlauch. Der Pierlauch. Der Pierlauch. Der Pierlauch. Da haben wir noch Zergissmeine. die auch blühen und sonst wird da leider nicht viel im Moment.